jetzt die blitz und donner ich würde mal sagen wir machen jetzt einfach wir haben ja vier effekte genauso wie es hier draufsteht so machen wir die also fangen an mit der phoenix flimmer dann die goldfeder dann nee dann machen wir die silberfeder und zu schluss strobe salut und dann gibt es noch mal eine action also let's go so dann gucken wir uns mal hier in der schönen flasche die phoenix flimmer an vom knall her schon mal schön gefällt mir sehr geil dieses richtige haben wir die silberfeder gucken uns jemand gleich kommt die strobe salut ich bin so gespannt ist das geil ist das geil alter warte ich war einfach mittendrin mittendrin anstatt nur dabei ich habe keine lust warte du hast das stimmel warte die also in ich in die die was ist die die in die Na ja, perfekt. Keine Titanmenze. Die Hammer in Giant Can. Das ist so ziel, übrigens auf der Kamera diesen Flimmer-Effekt. Und jetzt die Schiffsen. Oh, fuck. So geil. Richtig, richtig geil, die Dinger. Oh, fuck. So geil. So geil. So geil. So geil. Vielen Dank.